So Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video, Freunde, werde ich Tight and Seag spielen und mich wieder mal unter der Map verstecken und ihn komplett pranken. Deswegen, Leute, schau euch das Video unbedingt bis zum Ende. Let's go. Ähm, Bro, willst du es so machen, Digga, wollen wir um 100 Euro spielen? Ja, klar, lass machen, okay? Okay, 100 Euro, drei Runden, okay? Das kommt aufgebessert. Ja, du Digga, du wirst ja verlieren. Das ist ja das Ding. Okay, dann verstecke ich mich. Und zwar, Leute, ich habe mich jetzt gestummt. Der Typ wird gar nicht pallen, wo ich mich verstecke. Ich werde mich nämlich hier unten drunter verstecken. Der wird das gar nicht pallen, weil der Typ wird gar nicht ahnen, dass wir unter diesem Stein sind. Und jetzt, wir sind unten unter dem Stein, ihr seht's, Leute. Und jetzt gibt es noch einen Trick. Und zwar, ihr braucht den Schulmode und dann kommt die runter. Oh mein Gott, let's go. So, der wird dich niemals finden. Okay, ey, Bro, ich bin versteckt. Du kannst kommen, du wirst mich niemals finden. Oh mein Gott. Alles Gernung, die 100 Euro, Du wirst mich niemals finden. Mein Versteck ist so krass, Leute. Der wird mich gar nicht mal finden. Immer. Oh mein Gott, Bro, ich seh dich, ich seh dich. Jojojojo. Bro, du bist da. Ich seh dich, du bist das. Digga. Du bist schon wieder vorbeigelaufen. Du bist schon wieder vorbeigelaufen. Komm, ich gebe den Tipp. Ich bin da bei diesem Spein, bei der Abkürzung, wo diese Stacheln sind. Bro, du bist über mir. Hä? Digga, was machst du denn? Was ist die über dir? Ja, du bist, ich bin, ich seh dich. Was machst du denn da? Wo springst du da ganz da hin? Oh, da hab ich kurzeren Ausblick. Bro, ich kann nicht so sagen, wie es ist. Okay, siehst du das, Digga? Gegen hast du? Ah, ich seh den, aha. Du siehst den, aha. Ja. Hä, wo bin ich denn nur, hä? Äh, Digga, hä? Wann bist du hin? Ah, ich glaub, du bist hinter diesen. Ah. Geh der, komm mal hin? Leute, ey, denk mich ernsthaft. Ich bin hinter diesem anderen Stein, Digga. Warte. Kann man nicht die Kamera in mich drehen? Ah, jetzt seh ich dich. Hä? Du hast mich jetzt gesehen. Du siehst mich? Ja. Ja, ich schau mal, ich bin hier einfach unter dem Stein, Digga. Digga. Warte, wie bist du da reingekommen, hä? Digga, hab ich mir nicht verraten, weil ich mein, es geht ja um 100 Euro. 1 zu 0, würde ich sagen, an der Stelle. Und, ähm, ja, du kannst dich jetzt, du kannst dich jetzt auch verstecken, okay? Ich, ich zähl jetzt. So, nee, nee, du brauchst zu lang. Nee, nee, ich komm jetzt. Nee, nee, das dauert zu lang. Das geht um 100 Euro, mein Freund. Du kannst nicht so spielen. Du brauchst schon wieder viel zu lang. Ich komm jetzt einfach. Und wenn du nicht versteckt bist, dann hast du halt Pech. Weil ich mein, die 100 Euro gönne ich mir natürlich. Und du kriegst natürlich nichts davon ab, ja? Du kannst die 100 Euro mir zahlen, mein Freund. So, geh mal, wo du bist. Ich hoffe, du bist jetzt nicht unter dem Stein, wie ich. Okay, da bist du nicht. Ich bin übelst Bro, ich bin übelst Bro, ja, gell, ne? Digga, ich weiß gar nicht, wo du versteckt bist. Wo bist du denn eigentlich? Ich hab dich jetzt gar nicht noch gefunden. Bro, versteck ich, sag's dir. Äh, Digga, sag mir nicht. Sag mir nicht, du bist in der Palme. Oh mein Gott, Digga, was? Versteck, das Versteck. Ja, hä? Was schaffst du denn? Ich war doch dann perfekt. Digga, Bro, du brauchst doch nicht ausrasten, Digga. Was ist das, was ist das, was ist das Versteck, Digga? Digga, schau mal. Wer, wer, wer guckt da? Hä? Digga, du bist so kacke, Digga, Bro. Ehrlich jetzt. Schau mal, es steht jetzt 1 zu 0. Ich meine, du kannst ja noch gewinnen. Du kannst ja noch gewinnen. Ja, ich hab keinen Bock mehr, okay, Junge? Bleib ruhig, bleib, du musst dich jetzt nicht ärgern lassen. Aber wir machen jetzt die nächste Runde, diese Runde hier. Ich versteck mich wieder als erstes, okay? Ja, okay. Okay, dann let's go. Du kannst wieder zählen. Eine Minute Zeit, ja? Okay, okay. Okay, ich kann dir jetzt schon mal sagen. Ich sag dir jetzt schon mal, du wirst mich nicht finden, okay? Was sagst du dazu? Ja, Digga, hä? Wie denn, wenn du dich in so OP-Verstecks versteckst, Junge? Ah, OP-Verstecke, Digga, Bro, das sind ganz normale Verstecke, Digga. Jeder kennt so welche Verstecke, das ist nichts Krasses. Also, da kann sich jeder normale versteckt sich da, Bro. Das ist ehrlich nichts Krasses, ja? Ja, also, ich meine ehrlich, Bro, wenn du das nicht weißt, Bro, dann bist du einfach schlecht, ja? Kannst du mir jetzt schon die 100 Euro geben? Wie wär's damit? Gibst du mir jetzt schon die 100 Euro? Nein, Junge, hä? Was für 100 Euro, ey? Das Rebender nur am Ende. Digga, ich bin dir ehrlich, Bro. Du wirst mich, glaube ich, gar nicht finden. Also, ich werd mich jetzt so OP-Verstecken, du wirst mich gar nicht mehr finden. Und zwar, Leute, ich hab mich jetzt wieder geschummt. Ich werde mich einfach jetzt hinter dem Ziel verstecken. Der Typ wird gar nicht peilen, wo ich bin. Der wird mich gar nicht finden, weil, dann ist es unsichtbar, Leute. Das ist so OP. Und zwar, Leute, ich werd mich hier ins Verstecken. Auf diese Palme dann drauf, Leute. Schauen wir mal, ob ich's schaffen. Ah, hier nicht. Müssen wir das seitlich probieren. Wer nicht, Bobine ist mit der Mod. Und mit der Mod wird das eh nicht peilen. Und dann gehen wir mit der Mod einfach drauf. Der wird eh gar nichts checken, Leute. Ich habe die Mod aktiviert. Und zwar, Leute, wir werden uns einfach hier oben auf dem Ziel verstecken. Schau mal. Ich bin einfach unsichtbar. Ich bin einfach im Ziel. Der Typ wird gar nicht checken, wo ich bin. Ähm, Bro, ich bin versteckt. Mein Versteck ist einfach ein 9000-EQ-Versteck. Und du wirst mich niemals finden. Weil mein Versteck so krass ist, Leute. Ich seh selber, Leute. Der Typ wird mich gar nicht finden. Weil er nämlich niemand die Mod hat. Also wird das gar nicht funktionieren. So, du kannst mich suchen. Ja, Digga. Oh, Mann, ey. Ich seh dich. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Bist du auf dem Meer oder was? Wo bist du? Hey, Digga, ich seh dich, Bro. Was machst du denn? Warum laust du jetzt... Hä? Warum laust du ins Grüne jetzt rein? Hä? Bro, ich seh dich, Digga. Ich seh alles, was du machst, Bro. Was machst du denn? Was machst du denn? Hä? Bro, warum? Komm mal hierhin. Hallo? Oh, mein Gott. Nee. Komm mal hier drauf. Hey, Bro. Bro, Bro. Bro, Bro, Bro. Geh mal, geh mal zu anderen, geh mal zum anderen Teil. Zum, zum, zum diesen Holzteil da. Schau mal, geh mal da. Genau. Ego, was soll ich da machen? Schau mal, siehst du das? Siehst du das? Ja, was soll ich das... Hä? Hast du's gesehen? Warte, wie? Wo bist du? Hä? Warte, das, das Ziel sagt grad Haha. Das Ziel sagt grad Haha? Ja. Warum sagt das Ziel Haha? Hä? Ich mach nicht. Warum sagt das Ziel Haha, Digga? Irgendwas schlimm mit deinem Stumblegeist nicht, Digga. Such mich doch, Digga. Spiel mal gescheit, Alter. Was ist mit dir los? Was ist da suchen, Junge? Das Ziel? Hallo? Ja, toll. Hä, Digga? Hä? Schau mal, wo ich bin. Schau mal, wo ich bin. Schau mal, wo ich bin, Digga. Ich war einfach im Ziel drin. Ich war im Ziel drin. Ey, ich... Junge, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Wie? Schaffst du das? Schau mal, ich war einfach hier drinnen, Digga. Einfach im Ziel. Du schaffst das gar nicht, Digga. Das schaffst du nicht. Ich kann da dran nicht rein. Digga. Du versteckst dich jetzt, okay? Schau mal, ich bin jetzt hinter, Digga. Du kannst dich auf jeden Fall jetzt verstecken. Und ich meine, du hast mich schon gefunden. Aber das hat zu lang gebraucht. Und wenn du mich jetzt findest, kriegst du sogar vielleicht noch einen Punkt. Dann steht schon 2 zu 1. Let's go. Ja, toll. Digga, ey. Du hackst doch schon wieder. Wie soll ich das denn schaffen? So, okay. Da würde ich sagen, ich komme. Die Zeit ist vorbei. Nee, es dauert wieder zu lang. Du brauchst wieder viel zu lange. Ja, Digga. So, jetzt bin ich versteckt, so. Also, jetzt bist du versteckt. Okay, okay. Komm, Digga. Bro, ich bin ehrlich, Digga. Wie findest du meine Verstecke so? Also von nur bis 10. Digga, äh. Erzähl natürlich. Was soll ich denn dann sagen? Du versteckst dich in... Wie versteckst du dich in den Ziel? Hä, Digga, was ist mit deinem Game heute los? Ich glaube, dein Game stimmt irgendwas. Ich glaube, du musst es mal deinstallieren. Ja, okay, mal schauen, wo du versteckst. Ich habe dich ja noch gar nicht gefunden. Siehst du mich? Äh, ja. Nein, Digga, wo bist du denn? Verarsch mich, Digga. Oh mein Gott, nein. Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht dein Herz. Du hast dich jetzt nicht hinter den Stein versteckt. Das ist jetzt nicht dein Herz. Du hast dich hinter dem Stein versteckt. Bro, was ist das für ein Versteck? Digga, hör auf! Digga, was ist das für ein Versteck, dass ich hinter dem Stein versteckt? Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Da irgendwie... Digga, hör auf! Wie soll ich da hoch ins Ziel, hä? Digga, du bist so kacke. Du bist so kacke. Okay, okay, komm. Er steht jetzt schon 2 zu 0. Ich glaube, die 100 Euro werden mir schmecken. Jetzt letzte Runde und dann kann ich dir 100 Euro geben, okay? Okay, okay, okay. Du bist ja schon bereit, mir die 100 Euro zu geben. Schau mal, wir machen es so. Du versteckst dich als erstes. Schau mal. Ich hab mich jetzt immer als erstes versteckt. Du versteckst dich jetzt mal als erstes. Wie wär das? Wär das nicht besser? Ja. Keine Ahnung. Hä? Mach der kann... Ja, okay, ich versteck mich jetzt einfach. Okay. Ich mein, Digga, du hast ja noch eine Chance. Ich mein, wenn ich dich jetzt nicht finden sollte, steht's 1 zu 2. Und wenn du mich finden solltest direkt, dann steht's noch 2 zu 1. Also, wenn du mich finden nicht solltest, hab ich ja schon gewonnen. Das heißt, du musst mich jetzt auf jeden Fall direkt finden. So, die Zeit ist abgelaufen, Bro. Du brauchst immer zu lang, Digga. Bist du mal versteckt oder bist du noch immer nicht versteckt? Ja, ich bin jetzt langsam versteckt, ne? Okay. Ja, ich komm, ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Ich bin mal gespannt, wo du dich versteckt hast. Ey, Bro, sei mir ehrlich. Werde ich dich finden? Nein, naja. Diese versteckst du ultra viel. Also, das kannst du gar nicht sehen. Also, ich kann das nicht sehen, meinst du? Okay, dann bin ich mal gespannt. Digga, wenn du das findest, dann, äh, keine Ahnung, kriegst du 100 Euro, okay? Okay, gib mir mal einen Tipp, Bro. Bist du am Anfang, am Ende, vorne, hinten? Ja, ich bin so, äh, 20, so, so 15% der Map. 15%? Dann ist das ja direkt am Anfang. Hä? Da musst du ja irgendwo hier sein. Warte mal, das kann ja gar nicht... Wo bist du denn? Da müsstest du ja irgendwo mal ein Anfang sein. Hier unten bist du auch nicht? Hä, Digga, du hast, du hast einen Hack an, oder? Warte mal, wo bist du denn? Nein. Oh mein Gott, ich hab dich. Yo, wie OP, Digga. Einfach hier versteckt, Digga. Yo, Digga, so kacke, Digga. Ich hab dich direkt gefunden, Digga. Hier war er. Oha. Wie voll OP, Digga. Aber, ja, Digga, ich hab dich gefunden, ne? Let's go. Ja, was bringt's mir, Junge? Jetzt muss ich 100 Euro zahlen. Nein, du musst noch nicht 100 Euro. Ich mein, wenn du mich jetzt direkt finden solltest, musst du nicht 100 Euro bezahlen, dann steht's ja 2 zu 0 noch im... So, ähm, okay, dann werde ich mich jetzt verstecken. Du kannst hinten warten und mal hoffentlich wirst du mich mal finden, ne? Weil wenn du mich nicht findest, dann, ja, dann passt es mal wieder für dich, ne? Du hackst doch safe, oder? Ich hack safe. Ich hack. Ja, natürlich. Hä, warum hack ich denn? Ich versteck mich ganz normal, wie jeder andere auch, hä? Ja, ganz normal, genau. Digga, ich schwör, Digga, ich weiß nicht immer, was die Leute gegen mich haben, Digga. Nur weil ich mich hier verstecke, Digga. Immer haben die Leute was gegen mich, Digga. Immer, jedes Mal. Ich glaub... Nee. Also, bist du versteckt? Ich komm jetzt einfach, okay? Äh, warte, warte, warte. Du kannst doch jetzt nicht einfach kommen, wenn ich noch nicht versteckt bin, hä? Doch, doch, ich... Doch, Junge, hä? Warte, ich... Du gibst mir doch auch mal... Äh, ich bin ja noch nicht versteckt, Digga. Du kannst noch nicht kommen. Hallo, 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 hallo? Jo, okay, Digga. Ja, ich auch mal nicht mehr runterfallen. Okay. Ja, alles gut. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht versteckt, warte. Leute, ich hab mich jetzt wieder gestummt. Und zwar, ich werde mich einfach jetzt hinter dem Ziel verstecken, weil der Typ das gar nicht peilen wird, dass ich hinter dem Ziel kann. Ja, aber normalerweise kann man ja nicht hinter dem Ziel wie davor. Anscheinend war ich dann, ja, das Ziel. Ähm, ich werde mich einfach hinter dem Ziel verstecken. Das Ganze wird natürlich dann wieder witzig werden. Ähm, hier kann man sich auf jeden Fall auch verstecken. Da werde ich mich nicht verstecken. Ich werde mich auf jeden Fall hinter dem Ziel verstecken. Aber man kann nämlich hinter dem Ziel drauf. Go. Zack. Easy peasy. Let's go. Wir haben es geschafft. Okay, du kannst kommen. Ja, du kannst kommen. Ja, Digga. Ich bin nicht jetzt... Ich muss dich finden, weißt du? Okay, Leute. Ich glaub, der wird mich gar nicht finden, Digga. Ich bin einfach hinter dem Ziel, Leute. Wie wird denn das pallen? Okay. Ey, wie lange hab ich Zeit? Drei Minuten, so... Ey, du hast eine Mühe Zeit. Ab jetzt. Eine Minute, Junge. Ey, hä? Ey, Bro, ich glaub, du findest mich einfach nicht, oder? Also, ich glaub, irgendwie findest du mich nicht, ne? Ja, siehst du mich denn? Digga, Junge, ich bin dir ehrlich, Digga. Ich bin dir ganz ehrlich, Bro. Ich glaub, das war's. Du brauchst schon wieder länger als eine Minute. Ich seh dich auch gar nicht, du bist irgendwo hinten, da hinten bist du, du bist ganz hinten. Bro, ich bin dir ehrlich, Digga. Das war's. Ne? Was sagst du dazu? Ey, ey, ich will dich jetzt finden, oder? Ne, das war's. Die Zeit ist vorbei. Was sagst du dazu? Junge. Hä? Alter, Digga. Ey. Digga, 100 Euro, ne? Die 100 Euro gibst du mir nicht. Ne, du verlässt dich, ne? Joach, Junge. Ich hasse dich, Digga. Du bist so... Du hackst doch, Junge. Wie? Digga, was... Digga, was ist... Hallo, du gibst jetzt meine 100 Euro? Was soll das jetzt? Gebt dir her? Ja, ne, tschüss, Digga. Ich... Ich hab... Ich geb's wieder kennen deine 100 Euro, ne? Pschsch, tschau. Wie? Digga, willst du mich verhassen? Ja, du bist einfach raus. Digga, er ist einfach auf dem Call raus. Ja, Leute, das war's dann mal mit dem Video. Kommt ja mit dem Video. Der Typ ist einfach rausgegangen, nur weil er mich nicht gefunden hat, Digga. Er hat mir immer mal meine 100 Euro gegeben. Also, Leute, das war's dann mal komplett. Lasst ein Abo und Liked da, Leute. Haut rein, euer Funkel. Pschsch.